Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raw und willkommen zu einer netten Folge. Wir kommen hier direkt zu den harten Matches und zwar sofort geht's los. Brodus Clay trifft auf Dean Ambrose. Brodus Clay gewinnt. Match Nummer 2 ist Sin Cara und Ray Mysterio nach dem tollen Sieg gegen Kane bei Smackdown. Jetzt gegen Epico und Primo und Sin Cara besiegt Epico. Zack Ryder trifft im Match Nummer 3 auf David Otanga. Zack Ryder gewinnt. Dann muss ich jetzt mal überspringen. Seth Rollins, der trifft eigentlich im Main Event auf Edge. Nettes Match, Mitglied des Shields gegen Edge. Und Seth Rollins gewinnt Edge. Nicht mehr so die große Rolle im Universe Modus. Und dann kommen wir jetzt zu dem Match, was ich mir gewünscht habe. Und zwar Hauptauss, das habe ich mir nicht gewünscht. Die kann man ja nicht selber booken. Aber das Match, als ich das gerade gesehen habe, wusste ich, das kannst du nicht einfach simulieren. Das musst du auch zeigen. Triple Threat Match. Wahrscheinlich United States Champion Titel, würde ich fast mal tippen. Dolph Ziggler, Rob Van Damme und Daniel Bryan. Also das ist wirklich krass. Also einmal Dolph Ziggler. Der hat ja bei Vengeance eh seinen WWE Champion Titel Match sicher. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn der jetzt gewinnt. Dann Daniel Bryan. Der will sich vielleicht seinen Titel ja zurückholen. Und Rob Van Damme, da haben wir ja heute Nacht, also wenn ich jetzt gerade aufnehme, heute ist Montag, also wenn ich aufnehme. Diese Nacht war Payback und da wurde angekündigt, dass Rob Van Damme bei Money in the Bank zurückkehren wird. Quasi die Clown hier bei Luca Rano im Universe Modus. War bei uns ja genauso. Rob Van Damme kam zurück. Wir gucken uns jetzt dieses Match hier an. Sehr interessant, wie ich finde. Sehr interessant. Dolph Ziggler, also wie gesagt, diese Brisanz in diesem Match, dass alle drei hier irgendwas zu gewinnen haben. Rob Van Damme, sein letztes Match, was wir gesehen haben, ist schon was her. Das war bei Money in the Bank. Also vor über zwei, ne vor drei Monaten war das. Davor hatten wir ja jetzt, also wir sind ja jetzt bald bei Vengeance. Wir hatten den Summerslam, wir hatten Capital Punishment und da hatten wir Money in the Bank. Und da war er auch dabei. Also ist schon was her. Ja, also müssen wir jetzt mal gespannt sein. Ist sein zweites Match, was wir erst von ihm sehen. Dolph Ziggler hatten wir schon öfter, Daniel Bryan auch. Es geht hier um den Hauptherausfordererplatz gegen Zack Ryder und den United States Champion Titel. Sehr interessantes Match. Triple Threat Match, heißt keine Diskqualifikation, kein Auszählen. Sehr geil, kann natürlich auch wieder alles passieren, was weiß ich. Dolph Ziggler hat sich ja gut mit Jericho verstanden, vielleicht greift der ein. Kane hat ja eine gute Beziehung zu Daniel Bryan. Vielleicht kommt der, man weiß es ja nicht. Und da ist er. The whole damn show. Rob Van Dam. Ja, soviel zu Rob Van Dam. Der ist wahrscheinlich ziemlich siegesgewillt. Endlich hat er mal wieder ein Match. Da kommt Daniel Bryan. Und da, er kommt ohne Kane. Er kommt ohne Kane. Hätte ja sein können, dass er Kane mitbringt als Manager. Und ich bin gespannt, was Bryan in diesem Match zu leisten imstande ist. Der will bestimmt seinen United States Champion Titelgürtel zurückhaben. Wir werden sehen. Und dann fehlt jetzt nur noch der Show-Off. Was kommt jetzt? Die Musik von Dolph Ziggler. Und er kommt von hinten. Daniel Bryan sieht den nicht. Und kassiert die Close Line von Dolph Ziggler. Ja, Rob Van Dam, der stand da wohl irgendwo abseits des Rings noch ein bisschen. Gar nicht zu sehen in dieser Szene. Okay, Dolph Ziggler attackiert mal direkt Daniel Bryan. Also klare Zeichen, was jetzt hier passieren soll. Oh, was hat der denn vor? Dolph Ziggler verhöhnt jetzt hier Daniel Bryan. Aber der lässt sich das natürlich nicht gefallen. Ich bin mal gespannt, wer dieses Match gewinnt. Mein Favorit, oder wie ich hoffe, wer es ist, ist Rob Van Dam. Wie gesagt, weil ich ihn halt alleine schon feiere, weil er jetzt bei WWE wieder zurückkehrt. Es ist einfach geil. Ich habe mit sowas gerechnet, weil vor kurzer Zeit wurde dieses Profil von AVD verändert. Das sieht man ja bei WWE.com immer. Deswegen finde ich ganz geil, dass das jetzt angekündigt wurde. Ich bin wirklich gespannt. Payback habe ich jetzt nicht ganz geguckt. Also ich habe nur so ein paar Ausschnitte gesehen, die ich so auf ein paar nicht-legalen Seiten, sagen wir mal so, geguckt habe. Ein paar Szenen. Das Free Stages of Hellmatch von Cena und Ryback. Das habe ich mir angeguckt. Ich fand, das war allein von der Publikumsstimmung wieder echt langweilig. Das, was ich von Chicago gewohnt war. Money in the Bank, Cena gegen CM Punk. Das war irgendwie gar nicht. Wenn ich Chicago bei Money in the Bank vergleiche, als nur, man hörte wirklich junge Männer da eine Riesenparty gemacht haben. Ähnlich wie bei dem, äh, bei der Raw-Show nach Wrestlemania. War das nach Wrestlemania? Auf jeden Fall da, wo Dolph Ziggler halt World Champion geworden ist, wo die auch abgegangen sind. Sowas will ich haben. Und nicht wie gestern in Chicago. Da habe ich wieder allein als CM Punk kam. Man hört nicht dieses, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal, Studentengegröle. Was hört man? Man hört irgendeine Kinderstimme, die da rumfiepst. Fand ich nicht so geil. Naja. Ich weiß nicht. Also ich wäre echt mittlerweile dafür, dass Leute unter 18 nicht mehr in die WWE-Hallen rein dürfen oder unter 16. Allein wegen der Stimmung. Das wäre schon mal geil. Klar, die WWE macht riesengelb mit diesem Merchandising. Fanartikel an Kinder, das ist natürlich klar. Aber ganz ehrlich, die Stimmung leidet doch darunter. Klar, ich als, was weiß ich, 13-jähriger Jünger würde auch nicht so ausrasten. Vor allem mit meiner Piepselstimme kann ich da nicht so viel Stimmung machen. Aber generell, nee. Also ihr könnt ja mal eure Meinung sagen, was ihr davon haltet. Ich fand auch, dass Free Stages auf Helmet, wer es gesehen hat, eher wieder ziemlich öde. Finale war wieder richtig vorherzusehen. Musste ja irgendwas Extremes am Ende passieren. Und so geil fand ich das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht spoilern, was passiert ist deswegen. Nachher ist hier jemand beschwert, der jetzt hier das Video guckt, aber sich das Ganze noch ansehen wollte. So, dieses Match. Wir finden uns jetzt hier draußen am Ring wieder. Kommentatoren-Tisch ist schon abgedeckt. Allerdings noch nicht kaputt gemacht. Also zerstört worden. Kommt bestimmt noch. Avidi und Ziem... Ach, Avidi und Ziempang. Avidi und Ziegler wechseln sich ab. Brian taumelt so ein bisschen vor sich her. Dieses Duell. Brian und Ziegler hatten wir ja schon in der Turnierphase. Also da war Avidi ja, glaube ich, rausgeflogen in der Vorrunde gegen Art Truth, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich kann es mal eben nachgucken. Allein für die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, so was bisher so geschichtlich bei uns passiert ist. Ich gucke kurz nach. Dauert nicht lange. Hier, Turnierphase 1. Ja, Art Truth hat gegen Rob Van Damme gewonnen. Danach ist er allerdings gegen Alberto Del Rio rausgeflogen. Und Daniel Brian dreht jetzt hier richtig auf. Duckt ab und kommt mit dieser Clothesline angeflogen. Ja, wenn es sonst nichts ist. Und jetzt Kava versucht schon. One. Aber ein Avidi, der weiß natürlich, da kommt er locker noch raus. Kontert da jetzt Brian aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Match zu Ende geht. Wir haben ja verschiedenste Finisher. Daniel Brian mit seinem No-Lock. Dorf Ziegler mit dem Zig-Zag und dem Sleeper holt. Und natürlich Avidi, der natürlich mit dem 5-Star-Fork-Splash den wahrscheinlich spektakulärsten Finisher hat. Ich bin gespannt, ob wir den vielleicht heute sehen werden. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ja, und der Grider, der wird bestimmt jetzt Backstage stehen und sich dieses Match hier sehr gut angucken. Der will natürlich wissen, gegen wen er antritt. Ich weiß noch nicht, ob dieses Match dann schon bei Vengeance passiert. Werden wir sehen. Denn ich habe, wie gesagt, Planungen immer für Vengeance, also für alle Paper, wir mussten alle Shows. Und ich will da eigentlich nicht so viel vorher schon vorweg sagen, was passieren wird. Habe ich ja jetzt eh schon gesagt. Bei Vengeance habe ich ja schon einiges angekündigt. Ja, jetzt ist Brian wieder raus. Jetzt geht es wieder raus. Avidi, der guckt sich das Ganze so ein bisschen an. Klar, der hat genug Erfahrung. Und jetzt kommt er mit dem Springboard-Dropkick aus dem Ring raus. Trifft Daniel Brian im Rücken. Das war hart, auf jeden Fall. Ja, Ziggler jetzt draußen. Also, wie gesagt, Finisher werden das Ganze hier vielleicht wieder entscheiden. Aber da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Vielleicht auch wieder eine Aktion durch den Kommentatoren-Tisch. Die sehen wir ja häufiger mal. Oh, schöner Sidekick von Avidi. Die whole fucking Show. Ich hoffe wirklich, dass er bei Money in the Bank jetzt bei der wirklichen WWE im Leitermatch drin ist. So wie er bei uns im Universe-Modus auch drin war. Also ich glaube, ich werde bald angerufen auf WWE und werde zum Booker eingestellt. So, und jetzt muss Daniel Brian da hinten gegen die Ringtreppe. Jetzt geht es zurück in den Ring mit den anderen beiden. Komm. Aber irgendwie gehen sie beide nur auf Daniel Brian. Keine Ahnung. Na, jetzt geht es da in die Absperrungsecke. Was hat da ein Ziggler vor? Erkennen wir ja. Da passiert ja gerne mal ein paar Sachen. Und dann geht es gegen den Ringpfosten. Gegen den Ringpfosten. Ja, und dann fliegt er nochmal dagegen. Daniel Brian muss aufpassen. Für den sieht es nicht gut aus. Und die anderen beiden haben eigentlich noch gar nicht so viel eingesteckt. So, AVD jetzt. Ja, kann da ausweichen. Jetzt sind sie wieder im Ring. So will ich das. Vorarm von AVD. Zeitkick. Sehr gut. Trifft Daniel Brian genau da, wo es sein muss. Und Springboard Plancher. Aber der geht daneben. Ah, Ziggler. Neckbreaker. Ja, Neckbreaker. Gegen Daniel Brian. Und das kennen wir. Monkey Salt von AVD. Und das ist meistens eine Vorstufe. Für den Five Star Frog Splash. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der denn auch gleich kommt. Daniel Brian taumelt. Klar, der hat gerade den Monkey Salt eingesteckt. Das ist natürlich eine krasse Aktion. Doch, jetzt liegt Ziggler da. Und Daniel Brian, der taumelt. Der hat schon viel eingesteckt in diesem Match. Wird AVD in diesem Match den Five Star Frog Splash zeigen? Das wäre natürlich der Oberhammer. Aber jetzt geht es erstmal raus. Aber AVD kann sich da direkt befreien. Komm AVD, du hast es doch auf der Hand. Du musst jetzt nur weitermachen. Du hast mehr Erfahrung als die beiden. Daniel Brian, ja. Ich dachte, komm, eine Springer hat Aktion. Kommt aber nicht. Jetzt geht es aber erstmal in die Ringecke. Was hat Brian vor? Dropkick geht daneben. Was macht AVD? Hebt jetzt Daniel Brian hoch. Aufs oberste Seil. Und jetzt? Und jetzt? Sieht nach Back Suplex aus. Back Suplex vom zweiten Seil. Ein bisschen harter Aufprall für Daniel Brian. Publikum nimmt langsam Fahrt auf. Die wollen eine Entscheidung sehen. Cover Versuch. One. Anubis 1. Wir brauchen Finisher. Jungs, wir brauchen Finisher. Ihr wisst es doch. Jetzt geht es wieder raus. AVD wird jetzt rausbefördert. Es geht wieder zum Kommentatoren-Tisch. Kämpfer ja. Die wollen dem Publikum jetzt auch was bieten. AVD entsorgt da erstmal Sigler. Aber Daniel Brian sorgt jetzt dafür, dass es wieder zurück in den Ring geht. Und jetzt hätte er es schnell machen müssen. Komm, AVD. Irish Whip in die Seile. Und schöner Arm-Drag-Überwurf von Daniel Brian. Jetzt ist Brian auf dem obersten Teil. Kommt angesprungen mit dem Dropkick, aber der geht daneben. Und Sigler befördert AVD wieder raus. Also Sigler hat jetzt Gefallen gefunden an AVD. Der taumelt. Der taumelt. Und was macht Sigler? Befördert ihn nochmal gegen die Absperrung. Publikum ist jetzt da. Publikum will hier eine Entscheidung haben. Ja, Daniel Brian, der fasst sich schon an Kopf. Der ist schwer mitgenommen. Aber zeigt diesen schönen Swinging-Neckbreaker auf den Halbenboden gegen AVD. Ja, wie geht's zu Ende? Wie geht's hier weiter? Und jetzt Sigler und die Aktion kennen wir. Der nimmt Anlauf und speert Rob Van Dam durch die Ringabsperrung. Ja, wenn's sonst nix ist. Wenn's sonst nix ist. Einfach mal durch. Und jetzt ist AVD natürlich auch in Mitleidenschaft genommen. Wie geht das Ganze jetzt zu Ende? Daniel Brian setzt zum Suplex an. Doch nicht auf den Halbenboden. Sogar fast noch auf die Ringtreppe, die da bereit lag. Mit dem Kopf zuerst gegen den Ringpfosten. Jetzt ist es da wieder da. Jetzt müssen sie vielleicht wirklich mal im Ring bleiben, damit sie vielleicht auch eine Entscheidung herbeirufen können. So, und Brian, der nimmt jetzt schon mal die Ringtreppe mit in den Ring. Ja, Back Suplex. Schön. In der Nähe der Ringtreppe. Wenn der auf die Ringtreppe geht, dann hat der Sigler echte Probleme. Aber so vielleicht noch aushaltbar. Ja, wir kommen nicht zu einer Entscheidung so wirklich. Ja, jetzt sind sie wieder alle drei draußen. Wahrscheinlich will jetzt auch keiner der entscheidenden Fehler begehen und gepinnt werden. Ja, Avidi wird jetzt da in den Arm wahrgenommen. Ja, und landet jetzt wieder mit dem Kopf gegen den Ringpfosten. Ja, und wieder dagegen. Wieder dagegen. Also, dem kann es echt langsam nicht mehr gut gehen. Jetzt ist das Match wirklich schon ein bisschen länger. Also, die Matchzeit ist schon ein bisschen länger. Jetzt kann bald eine Entscheidung kommen. Schöner Dropkick von Daniel Brian, aber geht auch halb daneben. Ah, Avidi kann sich da wieder befreien. Ich weiß echt nicht, wie wir hier zu dem Ende kommen sollen. German Suplex von Daniel Brian. Also, es ist so ausgeglichen. Alle haben viel eingesteckt. Sigler hat vielleicht noch am wenigsten eingesteckt. Daniel Brian jetzt. Nimmt sich Dom Sigler und zeigt den Swinging Back Suplex. Und jetzt will er scheinbar den No-Log zeigen. Eindeutiges Zeichen. Oder den Yes-Log. Und jetzt, nein! Das ist der Neck-Log. Neck-Log. Avidi muss dazwischen gehen. Ja, Avidi geht dazwischen. Und Daniel Brian muss den Move wieder lösen. Naja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Jetzt kommen wir dem Ende wirklich entgegen. Schöner Suplex. Schöne Aktion von Daniel Brian. Zieht jetzt Dom Sigler in Avidi. Staubt ab. Nur bis eins. Es muss ein Finisher her, ein richtiger. Schöne Aktion. Aber Avidi landet dabei voll auf der Ringtreppe. Da hat er sich jetzt auch wieder wehgetan bei. Siegler mit dem Konter. Schöne Aktion von Dolph Siegler. Schön. Avidi muss jetzt vielleicht die Chance nutzen. Schöne Aktion. Facebuster. Avidi, was hat der vor? Siegler wieder mit dem Konter. Oh, und das ist eine Kameraktion. Ah, aber da kommt Avidi direkt raus. Ah, jetzt endlich. Doppel-Team-Aktion. Double-Neck-Breaker gegen Avidi. Jetzt arbeiten sie zusammen. So muss man es auch machen in einem Triple-Feldmatch. Ab und zu auch mal zusammenarbeiten. Kaba-Versuch von Sigler. One. Aber nur bis eins. Wieder Doppel-Team-Aktion. Ja, jetzt zeigen sie endlich was. Doppel-Zuplex. Sehr schön. Ja, jetzt gegen Dolph Siegler. Jetzt kriegt jeder mal sein Fett weg. Ein-Roller von Avidi. One. Aber nur bis eins. Nur bis eins. Wieder Doppel. Also jetzt geht es wirklich hin und her. Was kommt jetzt? Oh, wow, wow. Double-Back-Breaker. Und jetzt will Sigler den Zig-Zag zeigen. Und da kommt der Zig-Zag von Dolph Siegler. Ja, Daniel Bryan nimmt ihn sich jetzt. Der will das Cover abstauben. Natürlich muss er dazwischen gehen. Cover von Sigler. One. Two. Ganz knapp. Ganz knapp. Daniel Bryan im letzten Moment. Und jetzt der Aufgabegriff von Daniel Bryan. Sigler hängt da im Seil. Muss dazwischen gehen. Ja, kriegt er wieder unterbrochen. Also Avidi, der steckt hier in dem Match echt alle sein. Und jetzt Submission-Aktion. Cross-Arm-Breaker von Avidi. Aber den kann er wieder nicht durchziehen. Rope-Break. Ja, Daniel Bryan. Gut-Wrench-Suplex-Ansatz. Hat ihn oben. Ja, Gut-Wrench-Suplex. Cover-Versuch von Sigler. One. Two. Und wieder bei zweieinhalb geht Daniel Bryan dazwischen. Komm, jetzt die nächste Doppel-Team-Aktion. Double-Stomach-Breaker. Jawohl. Geht auch durch. Wir brauchen eine Entscheidung. Das Publikum jetzt wieder da. Eben war es was ruhiger. Elbow-Drop von Avidi. Neck-Breaker von Avidi. Auch nochmal hinterher. Gab ein Versuch, aber direkt aufgebrochen. Siegler mit dem Konten. Lässt sich hier nicht fertig machen. German Suplex. Sehr gut. Gegen Avidi. Jetzt ist die Treppe rausgefallen. Ja, Daniel Bryan. Der könnte sich jetzt natürlich Rob Van Damme nehmen. Macht er aber nicht. Jetzt gehen sie wieder raus. Warum auch immer. Jetzt geht's wieder rein. Jetzt geht's wieder raus. Entscheidet euch. Wieder gegen die Ring-Absperrung. Das Match wird länger. Schönes Match, wie ich finde. Natürlich geht's hier auch um was. Den Number-One-Contender-Spot. Dorf Segler kontert da Bryan aus. Was hatte der vor? Keine Ahnung. Und schöner Heal-Kick von Avidi. Sie müssen zurück in den Ring. Bringt auch alles nix, Jungs. Suplex-Ansatz von Daniel Bryan. An Brainbuster war es sogar. Brainbuster. Ich dachte, es wäre nur ein Suplex. Oh nein. So, jetzt geht's zurück in den Ring. Ja, da sollte er auch hin. Komm, Brian. Staub ab einfach. Da ist er. Der No-Lock. No-Lock von Daniel Bryan. Muss Segler aufgeben. Avidi. Oh, der geht dazwischen. Also, wir hatten schon so einige Finisher in diesem Match. Und wir sind auch, glaube ich, vor kurz von der Entscheidung. Big Boot von Daniel Bryan. Ja, der wird es jetzt immer wieder versuchen. Cover. Sehr schön. One. Aber nur bis eins. Der Five-Straw-Frog-Splash, der würde vielleicht einen der beiden ausknocken. Ah, wie die taumelt. Und wird jetzt da in das Cover genommen. Aber direkt kommt er raus. Direkt kommt er raus. Nicht mal eine Sekunde drin. Ja, wieder Überwurf. Also, die konnten sich jetzt aus. Wie gesagt, niemand will den entscheidenden Fehler machen und hier nachher als Verlierer dastehen. Back-Suplex gegen Segler. Und jetzt will Daniel Bryan anscheinend wieder mal Finisher benutzen. Der Yes-Lock steht in der Planung. Einroller von Segler. One. Two. Und so gerade geht er dazwischen. Nein, umgedreht. One. Two. Wieder. Jetzt geht er dazwischen. One. Two. Umgedreht. One. Two. Ja, wie im Zirkus. Hier drehen immer um. Daniel Bryan kann nichts machen. Ah, wie die jetzt. One. Two. Wie lange soll das gehen? One. Two. Leute, wie lange soll das noch gehen? Kommt jetzt hier noch eine Entscheidung, oder nicht? Nee, kommt keine. Ah, wie die kann sich jetzt endgültig befreien. Ja, und jetzt muss Daniel Bryan eigentlich nur die Chance nutzen, wenn einer angeschlagen ist. Und den dann direkt in den No-Lock nehmen. Fehmesser von Dorf Segler. Ja, das ist eine Submission-Aktion, äh, eine Signature-Aktion gewesen. Ein Roller von Bryan Cover. One. Two. Umgedreht. One. Two. Wieder umgedreht. One. Two. Nein, Mann. One. Two. Dorf Segler jetzt. Nein, wieder aufgebrochen. Sie kriegen ihren Gegner nicht bis drei auf der Matte. Big Boot. Sehr schön. Komm, Segler. Segler will jetzt den Finisher zeigen. Bryan muss jetzt aufpassen. Dorf Segler. Gekontert. Ah, wie die kontert. Den hat er gekontert. Und jetzt taumelt da Segler durch die Gegend. Der taumelt. One. Two. Three. Dorf Segler. Der geht einfach nicht dazwischen. Was ist denn mit Segler los? War der anscheinend weggetreten oder sonst was? Ich weiß nicht, was da jetzt gerade war. Ich glaube, Dorf Segler war einfach kurz weg. Ja. Und da ist Rob, wenn der Mut erstreckt. Segler. Ui. Die zwei zusammen. Das hätte ich ja nie gedacht. Dorf Segler. Und Avidi. Ja, das ist ja mal ein Bild. Das bringt... Hat jetzt gerade Dorf Segler Rob Van Dam gewinnen lassen? Also das sah doch jetzt ganz so aus. Mit den Bildern nach. Mit dem Handshake. Es sah danach aus, als wäre Dorf Segler zwar nicht so ganz glücklich mit der Aktion. Aber so schlimm wäre es nicht. Als hätte er ihn gewinnen lassen. Und das passte auch zum Anfang des Matches. Da sind sie beide zusammen auf Bryan losgegangen. Ja, das ist ja mal eine Sache. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet von meiner Theorie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht das. Macht's gut. Hell yeah.